Ja, sie verändert sie ja schon ununterbrochen. Also wer merkt das nicht bei sich selbst? Also mein bestes Erlebnis ist, dass wenn man früher mal einen Telefonanruf oder eine Postkarte kriegte, dann wartete jeder brav eine Woche, bis man eine Antwort hatte. Heute kriege ich zehn Minuten, nachdem die Mail angekommen ist, die Nachfrage, warum ich noch nicht geantwortet habe. Also das verändert uns ja sehr, sehr schnell. Das ist positiv wie negativ. Ich nehme es jetzt mal im Gesundheitsbereich. Da ist es, glaube ich, extrem positiv, weil wir als Patienten mehr über uns wissen, mehr mitreden können, weil die Ärzte, die Krankenhäuser besser kommunizieren, weniger Fehl- und Doppelbehandlungen passieren. Aber es wird die Arbeitswelt insgesamt deutlich verändern. Deswegen müssen wir in den Schulen auch schon darauf eingehen und müssen auch in den Schulen schon lernen, wie man damit umgeht.